Wir ehren dich und verteidigen dich im Namen vom rosa Krügel. Ja, wir sind im Orden des rosa Krügel. Genau. Hapuna, kann ich voll updaten. Uptaden? Uptaden. Bei mir macht es 1700 damage. Mal schauen. Hell yeah. Hat es hier noch irgendwie eine Mission? Weißt du, was wir machen könnten? Ah ne, das ist Hauptfest. Sicherer Ort ist das nicht, ich gehe nach Henderson. Das ist in Henderson, ne. Suche die Mission, weißt du, was wir machen könnten? Was? Guck mal hier, suche die Mission, ist doch... Ah, die Mapsteuerung für mich so dämlich. Also, wir müssen Werkbank, Mission... Gehen wir mal dahin. Ah, Mission Santa Maria. Ja. Aber ich wollte eigentlich zu dem Heino, der uns eigentlich verarscht hat. Wo ist der? Wo war der noch lang? Ah, der war... Hier, oder? Ja. Also, eigentlich... Pierre. Ja, ja. Ja, voll. Ja, ja. Dann gehen wir... Dann reisen. Dann reisen wir zum alten Lager, oder? Ne, wir können zu Pierre reisen. Können wir zu Pierre reisen? Sieht so aus. Sieht so aus. Ja, es hat irgendwie so ein Steuerrack gehabt. Ne, man kann nicht. Ja, zum alten Lager. Ja, aber mach mal. Guck mal hier, äh... Zum alten Lager. Okay. Mal schauen, wie das jetzt aussieht. Ja, mal doch gleich mal, oder? Machete. Machete. Alkohol. Hallo, ist hier jemand? Ne. Ist hier jemand? Jemand zu Hause? Habt ihr, jetzt liegt wieder Zeug rum? Ich markiere schnell Pierre, sonst äh... Ah, warte, ich muss schon noch schnell ein paar Waffen überholen. Ja, ist gut. Ne, ist schon gut. Wo ist Pierre? Pierre, Pierre, du Drexel, hier. Hier. Ja. Ja. Wir können eigentlich hier links durch. Theoretisch. Der davor? Ne. Ein zweiter links. Jo. Ich lauf unten durch, weil ich bin voll underground. Hehehehe. Ich bin voll underground, ey. Ah ja, na ja. Bin ich ja noch nicht so überzeugt. Was von der Hauptgrund hast du das jetzt eingesetzt? Hups, da nehm ich Schiss. Was hab ich jetzt geworfen? die tanker ist noch krass wie noch recht zurückstoß alter schießt immer direkt nach hinten der politik nicht so schlecht so lange nicht meine Muniz mein Name ist Klaus T im Herbst okay jetzt sollten wir mal geschossen schalten in irgendeiner das ist als er ist verliebt wo es noch geht und ein Schuss schon wieder weg er ist ein bisschen Klaus Klieber müssen wir nicht rechts ja voll wir können hier mit Myền in Inf카 in der Sonne durch die Höhen Probier CD Minifiziert millionen er stimmt es weiter an den Ort wo man ein durch das ist Pfett Mappier S.H. Scherz kinder Au! Damn! Ich renne jetzt auf ruhig. Okay, es sind schon verdammt viele. Ah stimmt, der mit der schöne Musik. Ah, geh mir aus dem Weg, Bitch! Geh mir aus dem Gesicht, Bitch! Mieser, Bitch! Pierre! Bonjour! Bonjour, Pierre! Come va! Rasanter Revolver! Wie viel kostet der? Hm... Viel zu viel! Yeah! Viel zu viel! Oh ja, viel zu viel, ja. Hast recht. Oder er hat Harpun-Munition. Ah, der ist irgendwie eh so. Hab ich so aus. Ich verkauf die Harpune. Wieso? Findest du nicht geil? Na, einmal schießen, fertig. Wow! Gib mir die Munition. Drop sie. Gib mir die Munition. Äh, wo ist sie denn? Ich weiß gar nicht, ob ich sie noch hab. Eh schon. Inventar. Nee, ich hab das... Nee. Guck mal, verschiedenes. L2. L2. Da. Ich hab sogar... Ich hab sogar Signalpistolen-Munition. Die fetzt einfach die Gegner geil nach hinten. Oh yeah! Das findest du super. Es ist lustig, dass du von hier den Angriff starten kannst, aber es ist nicht zu dringend. Es kommen dann sonst irgendwo übel Spiele. Ah, ich liebe es. Ich liebe die Harpune. Die Harpune ist super. Ui. Aua, aua, aua. Alter. Ich hab den Quarterback-Angriff schon viel zu lange nicht mehr gemacht. Was hast du schon lange nicht mehr gemacht? Den Quarterback-Angriff. Quarterback! Koala-Back! Ähm, wollen wir weiter? Koala-Back-Angriff! Los! Äh, ich glaub wir können hier hinten durch. Am besten holen wir... Geben wir wieder hinten durch, holen uns das Boot. Oh je, das Boot. Ja, Boot fangst du nicht. Ja, eine, eine oder keine. Flaner kann doch auch echt lieber in den Bauch. Keine Ahnung, wieso mir das hier gefangen ist. Whatever. Das ich auch nicht. Findest du nicht geil, wie ich sie nach hinten spiel? Findest du schon noch geil. Sieht lustig aus, aber auch nicht mehr. Ja. Lustig aussehen, ist alles in dem Spiel. Sieht auch die ganze Zeit lustig aus. Ja, du auch. Ich beschwere mich nicht. Eben, guck mal, guck mal an. Wie dämlich ich aussehe beim Fahren. Sie guckt nicht nach vorne. Sie vertraut einem... Sie vertraut einem Instinkt. Sie guckt, sie guckt nicht im Weg. Das ist ein... Hombre. Lass dich nicht runterreißen, bitte. Alter, reiß mich jetzt runter. Nee, bitte. Jaa, juhu. Hombre. Arriba. Komm ich hier irgendwo hin? Kannst du mal die Karte aufmachen? Nee, das stimmt schon. Stimmt schon. Irgendwie ist es nicht so. Sieht echt ziemlich aus. Yeah, die haben wir getroffen! Huh, yeah! Da haben wir die andere gerettet. Die Megan? Ja, ich weiß. Megan! ich bin beeindruckt wir waren hier schulen ja aus gottes meine lieben freunde hier ja lass deine wache wieder fallen jetzt kommt der fatty Achtung Alter sind Speed fatty ja ich hab ihn einfach mal getreten das hat's gebracht aber es ist nicht so ist es ja es ist was auch weiter ich hab's kiss gehen äh weil ich hier obwohl ich jetzt trotzdem gestorben ach da haben wir hier ach was Was für ein Tipp. Just a tip. Just a tip. Hinter dir ist übrigens ein Zombie. Eine Zeit. Ah, der ist echt tot. Danke. Gott sei Dank. Oh yeah. Schnetzel, Gemetzel. So. Hier, irgendwo liegen noch Waffen von mir rum. Da sollten zumindest in Popzombies rumstecken, wie immer. Nee? Nee? Schade. Gut, und wo jetzt? Ich muss die... Die Quest markieren, sonst... So weiß ich nicht wohin, also ich nie erinnere. Oh. Gott, wie geil. Was? Stay there. We're on our way down. Maybe Trevor can figure something out. Was? Oh, great. I'll just stand here and wait to get eaten. Fuck me. Okay. Okay. Und jetzt? Jetzt kommt es 10 oder was? Ja, kommt mit 10. Ja. Wir verlieren ein paar Leute. Okay. Okay, Trevor, get us out of here. Wir können ja nicht. Wir können ja mit allen spielen. Ja, klar. Guck mal, da hat sie schon eine Arca. Ich... Keine Arca, das ist voll. Das ist voll recht. Nooo, nooo. Seid sie in der Arca? Hey, aber... Ne vaginäre. Geil, jetzt stehen alle hier rum. Wie dumm ist das denn? Cool. Das ist unser neuer Hauptkantier. Und wir stehen alle um dieses Loch und wollen da rein. Genau. Und alles hier am Sprechen und keiner versteht. Ah, haltet doch die Klappe. Pump up the wall, you. Oh, shit. Wir müssen mit Trevor reden. Ja. Komm. Das sollte möglich sein. Ich hab's ja langdolch. Okay. Warte jetzt schnell, bitte. Ich muss schnell was schauen. Wo müssen wir hin? Das ist das erste Mal. Guck mal auf die Karte. Okay. Wie kann man... Ja, so. Wo müssen wir hin? Das ist... Jimis Werkstatt. Hier oben. Ne, wie heißt diese Ortschaft hier? Jimis Werkstatt. Mosaikschrein. Kann man da irgendwo in der Nähe... Äh, wir müssen zum Forschungslabor oder so reisen. Einfach hier müssen wir da hinreisen. Nein, zum Forschungslabor reisen wir sicher nicht. Ah, Mar... Marix Marina. Ja, Marix Marina. Können wir da hinreisen? Ja. Ja, aber das ist lustig. Sind die doch von Marix Marina hierher gekommen? Ja, voll dämlich. Ja. Hätten sie nicht diese Pumpe mitnehmen könnt? Und... Nein, natürlich nicht. Warte schnell, ich muss schnell skillen. Und jetzt mach ich nämlich das. Alter, du wirst geprügelt. Warte mal. Wenn du Wutanzeige voll ist... Alter, du wirst geprügelt. Ja, mach doch was dagegen. Ja, wenn du weg gehst, kann ich das dagegen machen. Du kannst auch einfach hinkommen und mir helfen. Kann das fast schießen. Hier, ich prügel dich gleich. Soll ich drauf schießen, ne? Ja, schieß doch drauf. Perfekt dich! So, erledigt. Oh, oh. Ja, der Pumpe ist schon mal so. Oh, oh. Achtung. Ja, aber es macht Spaß. Spaß macht uns alle. Hey. Mann, das ist mich ja... Das macht mich selber schade. Oh, exploder. Exploder. Hab Hundenzeit. Alter, wer hat mich jetzt runtergepügel? Das gibt's doch nicht. Ich sehe es nicht. Sie kam auch gerade von überall. Achtung, da ist ein Exploder da. So. Ah, nicht mehr. Direkt ist der Explodanten explodiert. Vielleicht. 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 So. Ist hier drin was? Ja, ne, ich bin auch nicht Fan von der Bühne eigentlich. Schusswaffen sind in diesem Spiel einfach überflüssig. Ja, ne, wenn sie so langsam sind... Kann's nicht verbrauchen. So, jetzt gehen wir mal das Ding holen. Wir müssen... Hä, wo war denn der jetzt? Der lag am Boden. Pisse. Wollt ihr nicht am Boden bleiben? Wollt ihr das Gesetz brechen? Er wollte es so bis jetzt brechen. Okay, ähm... Na, kommst du? Oh, nice. Oh, nicht schlecht. Ouch. Ich bin drüben irgendwo. Ja, da... Oh, da seh schon ne Wasserleiche. Uh, next Blader. Achtung, hinter der... Hey, what the... Hä, wer ist das? Der sah aus wie der andere Typ da. Ah, shit. Ja, ich hab's wiederbekommen. Puh. Die Fähigkeit ist super groß. Alter, der kriegt mich da und scheiße. Juhu, der wieder meine Sachen wieder. So, sogar die Schaufel hab ich mir nach dem Bevor. Achtung, da oben. Das ist noch so ein Trenner. Hm. Ist das ein Kollege? Nee. Ja, ich kann's auch. Ich kann's auch. Yeah, du musst ja mit... So, glaub ich. Ja, einfach treten. Ja, er landet und dann treten, ja. Ah, das ist wieder kaputt. Ah. Blöde. Wichse. What? Yeah. Nice. Er hat noch meine Waffe in sich stehen. Gut gemacht, Wasserleiche. Gut gemacht. Wir lieben dich alle, Wasserleiche. Ah, und hier ist ein Boot. Das einzige Boot, das wir haben, haben sie hierhin teleportiert. Genau. So, nun? Jetzt müssen wir die Pumpe suchen hier irgendwie. Ah, pump up the jam. Pump up the jam. Pump up the jam. Jump and run Passage. What? Aber es ging ganz gut bis jetzt. Ja. Krass. Bin erstaunt. Bin erstaunt. Hallo Leute. Guck mal. Jetzt ne. Hast ne. Hast die Granate noch? Ja, warte. Ich muss schnell nachschauen, ob ich nicht was habe. Ah, kann. Molotow. Ich hab nen Molotow. dann schmeiß das Ding runter. Ja, ja. Warte. Warten wir noch. Achtung, es kommt. Schadet dir. Du bist da oben, alter Schwede. Doch, mir schadet's. Du schadet's. Du bist voll resistent oder was? Voll geil. Ein bisschen. Ein kleines bisschen. Wollen wir Rush machen. Waaaaaah! Tschüss! Was ist das? Das heißt geil. Ja, eindeutig. Du hast da noch ne... Ne, die ist nicht von dir. Ne. Egal. Hey, da ist doch einer gestehen. Alter, hinter uns. Der hat mich erwischt! Können sie mich wieder beleben? Nee. Äh, doch kann ich nicht. Wohl schön wär's. Ah, zusammen. Oh shit! Versteckte! Nein! Oh, mich hat's erwischt! Scheiße. Ich, äh, rette dich. Warte. Nein, ich hab kein Medipack. Scheiße. Ich spawns ehgert hinter ihm. Ja! Ah, endlich kann ich das auch, ist es dein? Ja, ich hab ihn auch geworfen. Das ist eine Schaufel in dem Steckengewicht, ja voll hardcore. Ja, die Schaufel steckt fest, ja. Das ist eine scharfe Waffe. Oh fuck, zurück, 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 zurück. Was soll ich sehen? Mhhh, Bomber. Explode. Wirfst du, oder soll ich? Nee. Oh, den Scheiß muss man wahrscheinlich wieder tragen. Ja, hier haben wir noch ne... Ja, hab ich das so drauf. Ein behindertes Messer. Ja, hab ich das so drauf. Äh, und Geistklauen, wie das? Okay. Flüssigfeuer angekündigt. Aus Santa Pune. Unfälliger Stab. Nein. Nein. Nicht interessant. Metallschrott, yeah! Ah, ich hab wieder ein Tagebuch aufgenommen. Wo? Ja, der war da drauf irgendwie. Ja, ja, ich seh's. Was ist die Ralska-Mod? Das ist für, ähm, Schlagwaffen. Ah, ja klar. Wir brauchen keine Säure. Wir brauchen keine Säure. Wir brauchen keine Säure. Oh, ich hab ne Axt gefunden. Ist so gut. Axt, 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 Axt. Axt. Hm. Hm. Wir haben den offen. Ja, ich fahr mit der Schaden. Ein Puddle! Ja. Hey, ist doch ein... Hey, warte mal schon, bevor du rausläufst. Ah, hier sind alle Zwergbänke, okay. Hab's jetzt zuerst bemerkt. Hast du ihn geschlagen? Ah, das ist ein Gewaff. Der hat wieder Probleme hier raufzusteigen. Guck. Boah, jetzt müssen wir mit dem Boot konsportieren. Hass. Hass. Einfach nur Hass. Unerbittlicher Hass. Oh man, müssen wir mit dem Boot? Ja. Am besten machst du die Karte an und ich kann mich dann ein bisschen danach... Das ist schlecht. Hier. Ja. Das ist echt... Die Bewegung. Alter Schwede, ich krieg die Krise. Die krise...